Wenn du an die Fidschi-Inseln denkst, bekommst du dann auch Fernweh, stellst dir deinen Traumurlaub am Palmenstrand vor, mit Blick auf den azurblauen Ozean. Die Sonne scheint dir auf den Pelz und du verspürst nichts als Happiness, weil Fidschi für dich das Paradies ist. Aber wusstest du, dass 64 fidschianische Dörfer in den nächsten zwei Jahren auf höheres Terrain umgesiedelt werden müssen, weil der steigende Meeresspiegel sie sonst verschlucken würde? Und wusstest du, dass die Korallenriffe und der Artenreichtum von Fidschis einzigartiger Unterwasserwelt durch Umweltverschmutzung und illegalen Fischfang stark bedroht werden? Wusstest du, dass laut WHO 30% der Frauen auf Fidschi durch falsche Ernährung stark übergewichtig sind und gleichzeitig unter Ernährung bei über 13% der Kinder unter 5 Jahren festgestellt wurde, weil viele Mütter ihre Kinder zum Beispiel nicht stillen und dass lernschwache und behinderte Kinder oft keine auf ihre Bedürfnisse angepasste pädagogische Förderung erhalten, weil es zu wenig staatliche Mittel für Sonderschulen gibt? Hilf uns, mit deiner freiwilligen Arbeit das zu ändern! Bringe frischen Wind und neue Ideen in Fidschis Kindergärten und Schulen mit deiner freiwilligen Arbeit im Unterrichtsprojekt auf Fidschi! Fördere Kinder mit speziellen Bedürfnissen in unseren Einrichtungen für behinderte Kinder im Sozialarbeitsprojekt in Nadi! Gib dein Wissen über gesunde Ernährung und Sport an Dorfbewohner und werdende Mütter im Ernährungsprojekt weiter! Oder schütze die einzigartige Küstenlandschaft der Fidschi-Inseln, indem du mit uns abtauchst! Erforsche Fidschis und der Wasserwelt, pflanze neue Mangroven und hilf uns, die Strände und das Meer sauber zu halten! Leiste freiwilligen Arbeit! Schaffe Veränderungen! My Fidschi Time Geil. 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 Geil.